Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, wir haben aktuell nur noch eine Aufgabe übrig, außerhalb vom Event, versteht sich. Und zwar ist das eine Aufgabe von Mike, der sich gerade mal wieder versteckt. Ah, der ist bei Dagobert, so wie es aussieht. Dann gehen wir doch mal da rein und schauen mal nach. Also, Mike! Gameplayerin, da bist du ja! Ich hatte gerade die beste Idee aller Zeiten. Hast du Zeit, über eine Möglichkeit zu reden, das Tal zu reformieren? Klar, wenn ich nicht reden muss, ist alles gut, weil meine Stimme es immer noch ein bisschen im Ei macht. Was ist deine Idee? Comedy! Ich mag Comedy. Soll es ein Scherz sein? Der war gut. Natürlich tust du das. Jeder liebt es zu lachen. Nichts gegen die anderen hier, aber einige von ihnen sind nicht so lustig. Klar, sie sind edel, mitfühlend, mutig, bla 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 bla. Aber lustig? Nein! Keine Sorge, das kann ich ändern. Ich höre zu. Okay, wow. Ich habe das Gefühl, dass ich mich mein ganzes Leben lang auf diesen Moment vorbereitet habe. Wie du weißt, habe ich neue Scherzer in der Monster AG unterrichtet. Aber jetzt bringe ich die Lacher hierher und zeige den Dorfbewohnern, wie man Experte in Sachen Comedy wird. Dreamlight Valley's allererster Comedy Club. Los geht's! Toll, wo fangen wir an? Nun, wenn ich die Hauptrolle spiele, und ich werde definitiv die Hauptrolle spielen, dann brauche ich noch ein paar andere, die für mich die Schuhe öffnen. Klar, irgendwelche Ideen. Ich habe drei Kandidaten im Kopf. Die gute Fee, Wally und Vanellopee. Oha, wie soll Wally denn... Naja, ich bin mal gespannt. Kann ich mehr Informationen bekommen? Was findest du so lustig an der guten Fee? Ich weiß nicht, sie hat einfach dieses Vogel in den Augen, das einen denken lässt, dass sie etwas Hysterisches zu sagen hat, aber zu höflich dafür ist. Ich möchte dir beibringen, das Schmunzeln nicht länger zu unterdrücken und es rauszulassen. Äh, ja. Weißt du was, du hast recht. Was findest du so lustig an Wally? Das interessiert mich jetzt am meisten. Oh, er ist definitiv ein Naturtalent. Man merkt ihm seine Fähigkeiten als Komiker an. Was findest du so lustig an Vanellopee? Die Kleine liebt den Lifestyle der heutigen Jugend. Und ein bisschen... Und ein bisschen Spruch hat sie auch schon drauf. Cool. Ich werde mit ihnen reden und sehen, ob sie mitmachen wollen. Wir sind ein tolles Team. Habe ich recht? Ja, natürlich. Ich mache wie immer die ganze Arbeit und du sagst mir, was ich zu tun habe. Das nennt man tolles Team. Ähm... Achso, das ist Wally. Ich wollte gerade sagen, hat Eve jetzt hier eine neue Quest für mich? Achso, wo laufe ich denn eigentlich hin? Achso, Wally. Ach ja, halt. Er stand ja schon hier. Oh, danke schön, Wally. Aber darum geht es gerade nicht. Hey, Wally, wie geht's? Ah. Hui. Äh, ich freue mich für dich. Wally, hast du jemals daran gedacht, eine Karriere als Komiker zu starten? Hä? Äh? Mike versucht, die nächste Generation von Komikern auszubilden. Willst du dabei sein? Hm. Warum erzählst du nicht mal einen Witz? Hm. Tada. Wally, du bist bezaubernd. Wally. Ich schätze, es ist ein bisschen schwierig, einen Witz zu erzählen, wenn die Leute dich nicht genau verstehen können. Keine Sorge, du bist immer noch mein Lieblingsmüllpressenroboter. Ippi. Ja, das war halt auch mein Bedenken, ne? Dann haben wir noch die gute Fee und Vanellopee. Die gute Fee kommt auch gerade, ich glaube, die will zu mir. Gute Fee. Ja, da bin ich, ne? Hallo, Liebes. Gameplayerin, wie geht es dir, meine Liebe? Sehr gut, danke. Ich versuche, Mike bei etwas zu helfen. Mhm. Das ist sehr nett von dir. Was braucht Michael? Er sucht nach Leuten, die daran interessiert sind, Komiker zu werden. Was hältst du davon? Ich muss übrigens jetzt deswegen so lachen, weil Michael ja einer der Erzengel ist. Und er natürlich Mike heißt. Oh je, Witze lernen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich eine Komikerin bin. Man weiß ja nie. Manchmal wird man von einem verborgenen Talent überrascht. Oh. Ich weiß nicht. Was ist, wenn ich dir einen Witz erzähle und du dann versuchst, dir vorzustellen? Du wärst an meiner Stelle. Aha. Na gut. Okay, ich erzähle dir... Einen, das Huhn, das die über Straße überquert, Witz. Also Klopf, Klopf, Witz ist meistens langweilig. Wortwitz könnte was werden. Ich sag mal das Huhn, das interessiert mich gerade. Ein Huhn, das die Straße überquert, wenn es eine vielbefahrene Straße ist, könnte das gefährlich sein. Nun, es ist eine Straße im übertragenen Sinne. Darf ich im Witz sein, um dem Huhn sicher hinüber zu helfen? Vielleicht kann ich einen Kürbis in eine Kutsche verzaubern, um dem Huhn zu helfen. Okay, das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich verstehe, Gameplayerin. Ich schätze, Comedy ist nicht gerade meine Stärke. Wobei das ja jetzt auch nicht schlecht war. Ich meine, das hatte auch ein bisschen was von Comedy, was er jetzt gerade gemacht hat. Bei meiner Magie geht es mehr darum, Menschen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen. als sie zum Lachen zu bringen. Das ist wirklich süß. Dann mache ich mich wieder in die Arbeit und überlasse es dir, den Leuten bei ihren Hoffnungen und Träumen zu helfen. Tüldü tü. So. Also ihr seht schon, hier diese rosanen Quests, die es hier gibt, das sind die Event-Quests. Das sind leider keine neuen Quests. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Wir haben leider nur die beiden. Wenn das zu Ende ist, dann werde ich noch einmal Mike leveln können. Und ja, Eve ist leider seit mehr als zwei Monaten mittlerweile verpackt und es wird nichts getan. Was ist los, Gameplayerin? Vanellope, hast du jemals daran gedacht, eine Komikerin zu werden? Und ja, ich bin extrem witzig. Hm, super. Mike will einen Comedy-Club eröffnen und sucht nach anderen, die mit ihm auftreten. Wenn du ein Set entwerfen möchtest, was müsste unbedingt da drin sein? Gute Frage. Ich würde sagen, ich bin hauptsächlich durch trockenen Humor lustig. Ich sehe und höre Dinge, die auf den ersten Blick vielleicht nicht lustig sind, aber dann erkenne ich sie und bumm, Comedy. Gute Antwort. Ich werde es am Mike weitergeben. Wenn meine Stimme denn so lange noch aushält. Also, es tut mir wirklich leid, aber irgendwas hat mich so voll erwischt. Meine Stimme ist gerade nicht mehr wirklich schön. Aber ich wollte es mir natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, die restlichen Folgen rauszunehmen. Mike, ich bin wieder da. Und? Wie ist es gelaufen? Lass mich nicht dem Ungewissen gehen, Kerlin. Ich gebe dir eine kurze Zusammenfassung. Vanellope war definitiv die Beste. Sie war aufgeregt, klug, motiviert. Dann denke ich, haben wir unseren Auftrag. Vanellope klingt toll. Oh ja, 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 ja. Warum sprichst du nicht mit Sally? Er und Vanellope hingen oft zusammen rum. Stimmt, er hat ja angefangen ihr zu helfen mit dem Lernen, sage ich mal. Er kann uns wahrscheinlich Tipps geben, wie wir Vanellope helfen können, ihr wahres Potenzial als Komikerin auszuschöpfen. Klar, schon dabei. Du warst ein tolles Publikum. Ja, ja, ja. Oh, er kommt doch schon direkt rüber. Danke, Leute. Ich bin noch den ganzen Tag mit dir. Ich wollte mal kurz einen Schluck trinken. Komm, komm, mach nochmal, mach nochmal, mach nochmal. Mach nochmal. Boom. Ich finde das so genial, ich weiß auch nicht warum. Hey, Gameplayerin, was führt dich hierher? Nicht, dass ich nicht einfach nur plaudern wollen würde. Aber ich bin wegen Vanellope hier. Oh, was hat sie jetzt getan? Sie ist in großen Schwierigkeiten. Nein, eigentlich ist das eine gute Sache. Na, das ist ja jetzt eine Überraschung. Vanellope ist ein supersüßes Kind, aber sie hat definitiv eine Unruhestifterin in sich. Nun, das hängt irgendwie zusammen, denke ich. Aber du wirst dich freuen zu hören, dass sie ihre schelmischen Absichten in Comedy umsetzt. Mike und ich wollen ihr etwas schenken, um sie in der Welt der Comedy willkommen zu heißen. Hast du eine Idee, was für sie in Frage kommt? Hm, gute Frage. Direkt fällt mir etwas von zu Hause ein. Ich habe Vanellopes Geschichten über die anderen Monster erzählt und sie liebt sie einfach. Das ist ziemlich niedlich. Ist es? Oh, wie wäre es mit ein paar Requisiten? Jetzt, da Mike eine Pause von seinen Comedy-Kursen macht, stehen eine ganze Menge im Büro herum. Toll, welche Art von Requisiten? Mal sehen, wir haben... Ja, ja, das Gummihuhn! Das Gummihuhn, wo ich seit Folgen versuche, es mitzunehmen. Ich darf es endlich mitnehmen. Sorry, aber ich habe mich da jetzt gerade so drüber gefreut. Wir haben einen Gummihuhn und ein Pupskissen, das habe ich nicht gefunden, die du dir holen kannst. Und wenn ich du wäre, würde ich versuchen, einen Lachkanister zu ergattern, während du dort bist. Oh, warum? Wie ich Mike kenne, hat er noch ganz andere Pläne in petto. Aber er kommuniziert sie nicht immer zum richtigen Zeitpunkt, was einer der Gründe ist, warum ich der CEO bin. Ah, verstehe. Ich glaube, heute Nacht werde ich gut schlafen. Ja, dann werden wir mal ins Reich. Oh ja, es tut mir leid, Zeile, jetzt kann ich nicht nochmal gucken. Jetzt müssen wir erstmal... Äh, Quatsch, Insel der Ewigkeit, wo bin ich denn? Ins Reich reisen, das wollte ich sagen. So. Die große Frage ist jetzt, liegt das jetzt alles hier an den Büroschreibtischen? Also das Gummihuhn, da wissen wir ja schon, wo das ist. Aber so ein Pupskissen oder so habe ich hier noch nie gesehen. Und ein Lachkanister. Ja gut, Lachkanister wird wahrscheinlich... Irgendwo hier anders... Ich fange am besten nochmal ganz von vorne an, dass wir hier genau gucken, wo eventuell was liegen könnte. Also Lager, denke ich mal, wird nichts Neues drin sein. Das wäre ja auch irgendwie komisch. Wenn dann plötzlich da was kommen wird. Ach so, Lachkanister kann auch eins von denen vielleicht sein. So, dann haben wir hier den nächsten Schreibtisch. Da können wir aber auch nichts machen. Das ist halt, die leuchten erst, wenn man relativ nah dran ist, die Sachen. Da dürfte auch nichts mehr drin sein. Genau. Gucken wir hier nochmal. Also Lachkanister ist da okay, aber das Pupskissen... Ich meine gut, das könnte theoretisch auf einem der Stühle sein. Aber da habe ich eigentlich nachgeguckt. Ich gucke gleich nochmal nach. Aber ich bin eigentlich überall gegen die Stühle gelaufen. Also normalerweise dürfte da nichts sein. Da war noch ein Lager, das war aber schon leer. Das war der Fernseher, das Lager. Da war, glaube ich, nichts drin. Das konnte man nicht öffnen. Lachkanister wird uns so auch nicht angezeigt. Also wenn, denke ich mal, wird das irgendein Lachkanister sein, der halt nicht in so einem Päckchen drin ist, sondern so einzeln. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Hm. Okay. Aber in Sachen Pupskissen habe ich jetzt auch nichts gefunden. Da liegt auch nichts drauf. Nee, das ist ein Loch, das ist kein... Da liegt auch nichts drauf. Ach so, könnte das eventuell sein, dass das im Reich von den Kindern ist. Warte mal. Zehn Lachkan... Muss ich zehn Lachkanister holen? Weil das sind doch... Ach, das sind jeweils zwölf. Muss ich hier nicht wirklich... Zehn Lachkanister... Einzelnen einsammeln, oder was? Hä? Ist der ein Baby-Fanny? Hm. Hier war ja nichts drin in einem Lager. Besser gesagt, nicht mehr. Da können wir auch nicht mehr in eine neue Gegend rein. Ah, aber dafür haben wir das Pupskissen hier gefunden. Okay. Aus dem Reich der Monster. Zehn Lachkanister. Das ist jetzt ein Lager. Oh, okay. Da können wir auf jeden Fall Eis rausnehmen. Aber ich meine, das hatten wir vorher noch nicht. Also, das mit dem Eis. Oder das war, nachdem wir das aufgebrochen hatten. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber wieso kann man die Lachkanister hier nicht... ...auswählen? Das ist natürlich... Weil das sind doch... Ah! Ah! Ich wollte gerade sagen, das sind doch Lachkanister hier. Okay, fünf haben wir schon mal. Sieben. Habe ich natürlich genau die Kanister untersucht, die es nicht gewesen sind. Okay, dann haben wir alle zehn. Perfekt. Ja, irgendwann finde ich die Sachen immer. Das dauert nur ein bisschen länger. Bring die Gegenstände zu Vanellope. Wieso? Achso. Nee, aber wieso zu Vanellope? Eigentlich ging es doch um Mike. So, die kommt mir gerade schon entgegen. Da ist sie. Vanellope. Okay. Achso, nur die zwei Sachen. Okay. Ja, das ist ihr, ihr Humor. Das stimmt schon. Sei gegrüßt, oh Freund. Hey! Was hast du mir da mitgebracht? Das sind ein paar Geschenke von Mike und mir. Geschenke, danke! Achso, stimmt. Ja. Er hat ja gesagt... Ja, ja. Ja. Ich hatte jetzt gerade... Ich war jetzt gerade schon mit dem Auftritt irgendwie. Was soll ich zuerst ausprobieren? Das Gummihuhn. Ja, auf jeden Fall das Gummihuhn. Okay, los geht's. Ah! Ah, hilf mir! Äh, okay. Das hört sich an, als würde dem Huhn etwas wehtun. Ja! Es sagt genug mit den Witzen der Straßenüberquerung. Siehst du nicht, dass ich schon platt wie ein Spiegelei bin? Oh, die sind toll. Danke, Mike und Gameplayerin. Vergiss trockenen Humor. Ich werde jetzt Komikerin. Du magst sie? Oh! Sie sind fantastisch. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, dass ich Mike's Set über den Haufen geworfen habe. Ähm, gewagte Worte. Yeah! Dieses Pupskissen wird auf jeden Fall den Wind erzeugen, den ich brauche. Bist du sicher, dass er ein Pupskissen gegen einen erfahrenen Kumiker bestehen kann? Äh, ja. Ich weiß genau, was ich machen muss, Gameplayerin. Wenn ich verliere, gebe ich dem Richter die Schuld. Ja, natürlich. Das ist das gleiche wie, wenn der Tank stirbt, dann war es der Heiler schuld. Wenn der Heiler stirbt, war es der Tank schuld. Und wenn die DDs sterben, dann sind es halt einfach alle schuld. Ich gehe jetzt zurück zu Mike. Soll ich ihm was ausrichten? Ja! Sagt dem übergroßen Spielball, dass er zu Boden geht. Okay, der ist auch schon direkt hier. Es läuft ja heute wie am Schnürchen. Was ist denn mit euch los? Und? Wie gefallen Vanellopee die Requisiten? Sie liebt sie. Super! Sie liebt sie sogar so sehr, dass sie sich darauf freut, eine bessere Komikerin zu sein als du. Nicht so toll. Eine kleine Herausforderung ist zu viel. Zu viel? Gameplayerin, weißt du eigentlich, mit wem du redest? Ich habe den Lachrekord aufgestellt. Ich bin der beste Scherzer in ganz Monstropolis. Dieses Kind glaubt, dass sie das Zeug dazu hat? Na dann los! Mir gefällt diese Richtung. Oh ja, es gibt nichts komischeres als Comedy, die unter Druck aufgeführt wird. Okay, ich brauche Zeit, um an meinem Set zu arbeiten. Kannst du den Startschuss für die Comedy-Nacht geben, Gameplayerin? Wir brauchen ein Treffen, bei dem sich alle kennenlernen, ein bisschen plaudern und sich gegenseitig einschätzen können. Wirklich? Naja, alle, ne? Es sind halt jetzt nur noch zwei Leute. Außerdem sollen die Zuschauer einen Vorgeschmack auf die Comedy bekommen, die sie in der kompletten Show erleben. Klar, was brauche ich? Zum Glück hast du die Lachkanister schon. Mhm. Wenn du ein paar Ziegelsteine, Stoff und Eisenbarren finden kannst, sollte das reichen. Und was soll ich herstellen? Die Dekoration für das komödiastische Treffen. Komödiantische Treffen, oh Gott. Das schafft die perfekte Atmosphäre, um zu plaudern und Witze zu erzählen. Gut, dann fange ich an. Das wird eine runde Sache. Ja. Okay, es wird aber direkt aus dem Lager rausgezogen. Das ist schon mal gut. Das ist immer gut. Ähm, ich war jetzt gerade am überlegen, ist das jetzt mehr, als ich bei Christoph kaufen kann? Weil das wäre ein bisschen doof. Aber ich finde es gut, dass der die Sachen gesagt hat, die man bei Christoph kaufen kann. Weil Geld haben wir ja genug. Aber das andere, das ist so lange zum Farmen immer. So, Möbel, Möbel, genau. Ähm, sieben Eisenbahnen. Das ist sogar noch ein bisschen weniger. Zehn Fasern ist genau das. Ja gut, fünf Ziegelsteine drüber. Aber es ist zumindest nicht so extrem. Also jetzt nicht von allen 30 oder so. Ich weiß immer noch nicht, was die meinen mit Findefiguren. Steht auch nicht hier drin. Ähm, weil da steht immer 10. Es wird mir immer angezeigt und steht immer 10 drin. Ich weiß nicht warum. Zeige Mike die Dekoration. Okay, der kommt mir gerade entgegen. Bitte schön, Mike. Okay, alles erledigt. Was meinst du? Gameplayerin. So gut. Viel besser. Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Das schreit nach. Wir meinen es ernst. Genauso ernst wie ernst. Ja. Super. Ich bin mir sicher, du kennst den perfekten Ort für das Treffen. Ich gehe los und lade das Publikum ein. Ausgezeichnet. Bis später. Du warst ein tolles Publikum. So, der perfekte Ort wäre eigentlich bei denen selber. Aber da hier jetzt schon dieses Arcade-Ding steht, müssen wir mal gucken. Wir könnten das natürlich theoretisch auch hier reinstellen. So als Comedy-Show, wenn man hier... Was ist denn hier alles auf dem Weg? Leute, so geht das nicht hier. Ihr könnt doch nicht einfach meinen Weg beschmutzen und wegmachen und so. Das wird ja aber langsam schon ziemlich eng, muss ich sagen. Ich sollte das vielleicht auch mal ein bisschen zurückstellen, ja? Comedy-Show... Vielleicht auch hier. Weil hinten, wie gesagt, habe ich jetzt nicht so den Platz. Moment. Da schauen wir doch mal eben nach. Dann würden wir das nämlich ein bisschen zur Seite machen. In der Hoffnung, dass das nicht so groß ist. Und natürlich ist es groß. Das war ja wieder klar. Dann müssen wir das erstmal ein bisschen wegmachen hier. So. Ja, können wir das jetzt auch mal mitnehmen. Was ist denn... Achso, ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein komisches grünes... für ein komischer grüner Schleim hier? So. Die stellen wir mal ein bisschen weiter weg. Das auch. Und dann haben wir hier ein bisschen Platz. Ich weiß nicht... Ich denke nicht, dass das hier stehen bleibt, aber... Dann haben wir jetzt mindestens ein bisschen Platz. So. Und dann machen wir das Bild genau von der falschen Seite. Ihr wollt mich doch jetzt veräppeln. Und ich kann mich nicht drehen, ne? Ihr wollt mich doch echt veräppeln. Ja, ich muss... Ich muss diesen blöden Schleier hier drin machen. Oh, hätte ich das gewusst, dass der sich genau daneben stellt. Und nicht, wie man eigentlich denken könnte, davor. Ja. Lassen wir es so. Sieht ein bisschen blöd aus, aber... Vielleicht können wir das noch ein bisschen so hinkriegen. Dann schneide ich das raus fürs Coverbild. Lacht die auch? Naja, gut. Ich gucke zur Seite, während ich lache. Aber gut. Weil es soll ja halt eine Comedy-Show sein, ne? Dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn sie auch mal lacht. Hieß das? Genau das meine ich. Fühle dich versehen, Kumpel! Wow! Was für ein Treffen! Hast du dich gut amüsiert? Das war ein Knaller! Ja, die Feiertagspartys der Monster-AG stehen dem in nichts nach. Oh ja! Und es war schön, Vanellope zu suchen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sie sich für Humor mit Requisiten entschieden hat. Aber wir alle fangen irgendwo an. Ich mag den Humor mit Requisiten. Vor allen Dingen am allergeilsten finde ich immer noch diesen einen Komiker, also diesen Bauchredner. Sascha Grammel heißt der, glaube ich. Entschuldigung, wenn ich den Namen jetzt nicht richtig ausgesprochen habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das sein Name war und ob ihr ihn kennt. Ich finde ihn einfach absolut genial. Wenn die Schildkröte kommt oder die anderen Tiere. Es ist meine absolute Lieblingskomödie. Nun, du bist nicht wirklich eine Komikerin, oder? Ich schätze nicht. Ich muss sie nur ein bisschen unter meine Fettiche nehmen und ihr Feinheiten der Comedy beibringen. Ja, ja, kann man jetzt auch nicht so sagen, weil sie ist ja so ein bisschen unter den Fettichen von Sally, ne? Einen Versuch ist es wert. Nun, es wird Zeit, weiter an meinem Set zu arbeiten. Oh ja, 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 ja! Die Dekoration für das komödiantische Treffen kannst du aber behalten. Vielleicht inspiriert sie dich, an deiner eigenen Routine zu arbeiten. Wirklich? Danke, Mike. Darauf kannst du wenden. Wenn du mich jetzt im Dorf siehst, weißt du, dass ich hart an meinem Set arbeite. Wirklich? Auch wenn du angeln gehst oder einfach nur in die Ferne staust? So ist das mit Komikern, Gameplayerinnen. Wenn es so aussieht, als würden wir faulenzen, sind wir tatsächlich am Arbeiten. Hm, das ist so ähnlich wie mit Autoren. Das stimmt allerdings. Wenn alles nach Plan läuft, werden die Leute hier so sehr lachen, dass sie tagelang gar nichts zustande bekommen. Naja, ob das jetzt so gut ist, ist allerdings die andere Sache. Aber gut, das ist dann halt so, wenn alles nach Plan läuft. Ja, im Moment hat er noch keine neue Quest für mich. Das heißt, ich muss ihm jetzt mal ganz schnell hinterherlaufen. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Mike, sonst finde ich dich gleich wieder nicht. Lass uns abhängen. Deswegen werde ich mich jetzt mit Mike hinsetzen, beziehungsweise... Ja, Simba, wir wissen, dass du ein König bist. Deswegen werde ich mich mit Mike hinsetzen und... Beziehungsweise werde jetzt mit ihm rumlaufen und werde ihn nochmal ein bisschen leveln. Ich glaube, zwei Level braucht er noch, damit wir die allerletzte Quest wahrscheinlich dann erstmal machen können. Ich hoffe, dass es dann bald mehr Quests gibt. Ja, ich habe ja schon oft genug was dazu gesagt. Deswegen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit Mike wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.